Ich frage manchmal schon, warum Leute wie Icke keine Arbeit kriegen. Ich saufe zwar morgens immer drei Flaschen Ketsch... 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 Aber heutzutage, was soll man sonst trinken als Hartz-IV-Empfänger? Man kriegt ja keine Kohle. Aber ich hab letztens mal gefragt, mein Bearbeiter beim Amt habe ich gesagt, bin ich eigentlich Hochdeutschland? Da hat sie gesagt, wenn du wieder arbeiten gehst, ja. Von wegen, ich bin Hochdeutschland. Aber der alten Schnaller hab ich sie eben, du. Von wegen, du. Dir selbst geh in Deutschland.